Der Gruppe A in Grünschau, zwischen der Slowakei und USA, beide Teams treffen sich 1 zu 8. Beste Spieler des Spiels, von ihren Trainern gewählt, auf der Seite der Slowakei Nummer 17, Peter Boulton, und auf der Seite der Amerikaner, der Team Kapitän Robin Urso. So, willkommen, ladies and gentlemen, to the press conference after today's game between Team Slovakia and Team USA with the final score of 1 zu 8 in front of an announced crowd of 480 spectators. First of all, congratulations to the best players of the game, Peter Boulton of Team Slovakia and Robbie Russo of Team USA. Ich glaube, herzlich willkommen heißen beide Trainer der Teams. Zu meiner Linken der Head Coach des Teams Slowakei, Josef Frühjow, und zu meiner Rechten der Chef Coach des U18 Teams der USA, Ron Rossen. Ihr Statement zum Spiel bitte, Herr Frühjow. Soll ich deutsche Strikke oder kristin? Nenmal? Ähm. Perspektive. Ist das okay? Ich schaue. Ah, nicht besser. Okay. Ah. Ah. Today was the same game yesterday. Ah. 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 Ja, ich denke, in heute's und heute's und heute's, ich denke, Special Teams ist eine große Rolle, und ich weiß, es war für Slovakia, also in heute's game. Und wir waren fortunate, ich denke, unsere ersten drei Goals waren die Power Play, und in beide Games, unsere Special Teams haben sehr gut gemacht. Und wir werden das in den Tournamenten haben, weil die Games sind sehr gut, so es ist ein sehr gut. Und wir waren sehr gut in den Special Teams, und es ist natürlich, at times, you know, a lot of the same players are playing a lot because of it. But I thought that was a difference in today's game, is we were good early on in the Special Teams. I thought 5-on-5-play was fairly even for the most part, but it's hard to get into a rhythm, because there's not a lot of 5-on-5-play. Okay, thank you very much. Any questions? Fragen? Gut, keine Fragen. Dann erkläre ich immer die Presskomponenz nach dem heutigen dritten Gruppenspiel der Gruppe A in der Gemeinschaft für Beschlossung. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank.